Diese wirklich wunderschöne, wunderschönes Mousepad. Das Schöne an dem Ganzen ist, das konnte ja nur nach Deutschland geliefert werden. Deswegen wurde das zu meiner Mom geschickt. Und meine Mom hat mich dann auch ganz konkret gefragt, was ich hier vorhabe und ob ich versuche, den hässlichsten Gegenstand des Jahres zu gewinnen.